Jetzt muss er aber ab. Achtet, da fängt ein Beuys. Nein, oder doch. Jetzt 2 mehr, 3 mehr, 4 mehr. Gut, jetzt gibt's der Hertilonde, guck. Uiuiui, hoffentlich stürzt. Bist du einen Anker? Ich würde Angst haben. Ein bisschen Anker. Uff, jetzt steht er immer noch nicht. Ui, die schreien da schon. Es ist, es lässt Luft oben rein, er zieht oben. Es lässt Luft oben rein, damit es weg wird. Hoffentlich kippen die nicht um. Ja, jetzt muss er ja die Luft rauslassen. Ich darf ja auch keinen Auftrieb mehr haben. Jetzt springt er raus und der Korb wird geliecht. Ui, nein. Und der andere ist da hinten gelandet. Ja, genau. Da muss er unten bleiben. Ja. 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 Oh! Ich habe mich auf Engel gefangen. Aber ich habe mich auf die Tür. Ich habe mich auf die Tür. Ihr könnt jetzt auf einen Seite. In der Tür kann ich einen Stand. Die Mitte an den Schiepen. Die Mitte an den Schiepen. Höhe da hinten! Wo? Wo? Da hinten schaffen! Eins vor dem anderen. Ganz näht miteinander. Ich bin gleich ein bisschen zu machen. Ja, ich bin in der Hand. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das ist ein Ballon gerettet.